Das ist ja cool gemacht, das ist ja richtig cool gemacht. Tatsächlich muss ich sagen, ist dieses Spiel für mich wirklich echt innovativ. Ich habe hier so viele Spielelemente, die habe ich vorher in den Spielen noch nicht drin gehabt. Also ich für meinen Teil, ich kann es vorher noch nicht. Muss man mal sagen, sehr cool, sehr, sehr cool. Oh, die Inszenierung ist sowieso Granate. So, jetzt sind Treppen runter, ich springe hier. So, war ich hier hinten. Guck mal nochmal ganz kurz, ob hier irgendwo noch was liegt. Natürlich nicht. Ich brauche etwas, das passt. Das passt. Ah, hier bitte. So. Und jetzt kommen wir auch hier vorne rein. Yeah. Mann, was man hier als Therapeut dazu durchmachen muss. Ey, ich brauche mal hier, ich brauche Heilung, Alter. Heilung. Achso, da war das andere Ding da. Was ist das jetzt hier für ein Old Post? Warte. Seilbahnstation. Oh, na, guck mal. Yeah. Some chili. Eddie, wir können nicht stolz auf dich sein. Wie weit du mit der Umstellung der Seilbahnstation schon gekommen bist. Dies ist nicht nur ein persönlicher Sieg für dich, sondern auch für den Idrisium State Park und den gesamten Bundesstaat. Ich will dir noch keine allzu großen Hoffnung machen, aber wenn du die Seilbahn ohne Zwischenfälle für den Rest des Geschäftsjahres am Laufen halten kannst, wartet unter Umständen eine große Beförderung auf dich. Weiter so. Sally Witherspoon. Parkbehörde. Tja, Eddie. Puppa Chips. Oh, da bin ich hier. Tabletta, Tabletta. Ich will wohl. Ne. Ah, ich glaube, da auf der anderen Seite standen wir da letztens. Oh, okay, 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 cool, cool, cool. Eine H-Karte? Oh. Oh, echt jetzt? Was soll ich denn? Wo soll ich denn hier hin, Mann? Nein, Mann, du sagst ja kein Anderer. Snack den Shit. Ja, schön. Putscher, du machst jetzt erstmal Fahrkarte. Kommt jetzt hier so ein Ding an? Wieso stellt er sich nicht hin? Aber er ist doch zu weit weg, Produkt, um ihn jetzt zu deaktivieren. Alter, da dauert ja ewig, bis das Tier. Kann ich den Zaun schießen? Oh, ah. Go, go, go. Oh, Heilung, Alter. Heilung. Oh, nicht doch. Oh. 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 Oh, okay, cool, 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 cool. Was, bloß wie lang bleibt der komplett ausgeschaltet? Mach lock! Oh, echt jetzt? Muss ich mich jetzt hier freibomben lassen für die oder was? Ach, ist da nicht so gemanzt. Oh, ich sehe ihn! Hugh! Warstyls Nicht cool, Mann. Nicht cool. Scheiße, ey. So, guck, wir werden gleich sputen müssen, wie ein Biller. Und mach eine, mach eine, mach eine. Aus. Ach. Ach. Okay, er ist down, er ist down, er ist down. Ach, Mann, ich jetzt. Wer ist eigentlich immer, wo wir sind? Ja, es sieht so aus. Nein, die Tür ist zu. Die Tür ist zu. Alter, das will er. Out of ammo finde ich gut. Okay, okay, okay. Oh, krass. Na, rick war ja ein Eier-Tanz gerade. Oh. Boah. Also scheinbar müssen wir ihn immer bis zu einer gewissen Zeit irgendwie, ähm, ja, einfach entkommen. Ja, mach mal einfach entkommen. Und er hebt von alleine auf. So, jetzt will ich mal ganz kurz mal einen Blick hier in den Spiegel werfen. Mal schauen, ob hier irgendetwas cooles ist. Das ist alles relativ weit vorne. Da würde ich ja gerne hinkommen. So, okay. Okay. Oh, kada, pada, pada, pada. Oh, hier ist eine Straße noch. Okay, krass. Delicious. So. So. Hier drin. Dann schluss, ne? Da liegt aber auch nichts rum, irgendwie. So ein Mist. Oh, okay. Okay, gut. Kommen wir jetzt hier hinten zum nächsten Tor, um wie es aussieht. Sehr gut. Pretty nice. Nein. Nein. Scheiße. Ah, das ist die Rückseite, wo wir schon waren vorhin in der Tor. Okay. Was ist das hier für ein illustrer Ice Cream, Alter? Kommt das. Bisschen mit dir nicht in Ordnung hier. Okay. Oh, scheiße. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Echt jetzt? Die Tür geht einfach auf. Und wir sind im Happy Happy Joy Joy Land. Das ist ja schön. Das ist ja toll. Wunderbar. So, aber scheinbar habe ich jetzt erst mal mein Leben so weit wie da ein bisschen aufgebaut. Tutschtiere. Das ist mir nicht wohl jetzt hier. Mit den ganzen Luftballons. Dann können wir alle fliegen. Scheiße. Oh, shit. Nicht gut, nicht gut. Ich glaube, was am Klo. Boah, Alter, Lukas hätte man richtig krasses Kriegsträmer. Okay, hier sollten wir die Scherbung nutzen. Was ist denn hier? Scherbung! Wo ist denn meine Leitung hier? Wo ist denn die Leitung, die Blöde? Das ist klar. Ah, verstehe. Oh, verstehe. Ah, verstehe. Immer mehr, immer mehr. Oh, schnee Mann, schnee. Nicht cool, nicht cool, Mann. Uncool, Alter. Zona, Gott sei Dank werde ich in der Küche. Okay, ne Menge Schlüsselbünder erfunden. Also, jeden Schlüsselbünder erfunden. Oh, shit, Mann. So, wie zur Hülle kommen wir hier raus? Was? Echt jetzt, Leute. So, ich hab mir mal irgendwie einen Tipp. Ist das Schlüssel noch auf jeden Fall weg gewesen? Nur mal flink. Oh, fuck. Komm, mach hinne, jonge. Mach hinne. Oh, Mann, Alter. Oh, ho, 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 ho. So, finden wir jetzt hier noch was anderes. Ne, sieht nicht so aus. Schade eigentlich. Okay. Gut, aber ich hoffe, wir haben jetzt den Schlüssel für den nächsten Turm. Das funktioniert. Sehr schön. Und dann climb up. Ha, ha, ha. Climb up the ladder, sag ich. So. Aber auch so Handläufe oder so. Das wär schon gut. So ein Gitter. Ah. Irgendwie. Absturzsicherung. Klippenschlüssel dahin. Nicht zur Abkürzung durch den Wald. Ah, okay. Cool. Elysium State Park. Brandwächterhandbuch. Kenne die Beschaffung des Geländes. Um ihre Pflichten nach besten Kräften nachkommen zu können, müssen sie in der Lage sein, die lokalen Orte von der Terrasse korrekt identifizieren zu können. Fort Sonder. Eine stillgelegte Anlage der US-Army. Der Stützpunkt wurde während des Kalten Krieges erbaut und verfügte über einen unterirdischen Bunker sowie einen Radator. Wasseraufbereitungsanlage, Meerwasserentsalzungsanlage und großer Wasserversorgung von Milton Haven. Kirche und Friedhof. Auge der Gesegneten. Auf dem Gelände der Ende des 18. Jahrhunderts Abortenkirche befindet sich auch eine in den Berg hineingeschlagene historische Grucht. Das ist ja super. Funkturm. Der ursprüngliche für die Nutzung durch Fort Sonder erbaute Funkturm wird inzwischen von zivilen Radiosendern in Milton Haven benutzt. Seilbahnstation. Befördert jährlich hunderttausende Besuche zur Aussichtsplattform und zum Besucherzentrum des Elysium State Parks. Tipp. Es gibt vor Ort auch ein hervorragendes Lokal. Alles klar. So. Dann holen wir mal wieder unser Fuhrgerät aus. Wir müssen auch wieder drüben hin. Aber wie kommen wir dort? Ja. So. Oh. Da vorne sind schon mehr Sterne. I see the stars. Okay. Fette Satelitenschüssel. Fette Funkanlage, ne? Oh. Ich krieg's schon. Da. 6, 5, 2, 1, 8, 3, 4, 0. Also warte mal. Hier ist ... ganz kurz mal hier bei 1. Okay, eine 7 oder eine 1. Eine 7, oder? Wir haben Code 2 von 4. Nice. Oh, ist das aber da? What? Er hat mir die Lenzler abgeschossen. Krass, hier gibt es so viele kleine Sachen. Das ist so ähnlich wie damals bei Metal Gear Solid. Du hast dafür so viel verpassen zu können, indem du nicht im rechten Augenblick in die richtige Richtung guckst. Was macht er da? Was ist da? Mal zoom. So, ich würde sagen, da könnte man ja mal hingehen. So, okay. So, und ich... Hier wollen wir mal gucken. Ach so, ist da mal der Lenzflager? Ansonsten... Auch mal hier nichts mehr. Gehen wir runter. Steiler Treppenbau. So, schauen wir mal. Klippenschlüssel. Das funktioniert. Das funktioniert. Wunderbar. Und jetzt dürften wir bei der Ranger-Hütte rauskommen. Nein. Genau. Tatsächlich fuchst mich das noch da mit diesem Sumpfareal irgendwie, wo ich vorhin nicht weitergemacht habe. Na, kann ich nicht mal klettern. So, okay. Wir müssten jetzt zu den anderen beiden Turmen da drüben. So. Und zwar wäre das die Kirche... Der Funkturm. Okay. Wo ist denn diese Brücke eigentlich? Würde ich mal kurz in diese Richtung laufen? Die müsste ja eigentlich irgendwo von hier abzweigen. Tatsächlich bin ich doch vorhin da irgendwo hochgelaufen, oder? Hört mich recht ins Sinne. Ich habe keine Brücke gesehen. Es ist nur so viel, das ich mitnehmen kann. Nein. Wahrscheinlich nicht. Ne. Ne, hier war der Startpunkt. Oh, warte mal. Guck mal rein. Mildenhaven in Ungewissheit. Kolumne von Janus Rex. Das Leben in Mildenhaven hat sich spürbar verändert. Ein sonderbares, unerklärliches Gefühl der Angst liegt in der Luft. Die Menschen sind dieser Tage sehr nervös. Anwesende eingeschlossen. Erzählt Joseph Merrick, während er an einem Glas Leitungswasser nippte. Ich bin normalerweise ein helles Köpfchen, aber in letzter Zeit spielt mein Verstand verrückt. Die Verbrechensrate der Kleinstadt hat sich in den vergangenen Wochen mehr als verdreifacht. Die Dinge sind in den finstersten Winkeln der Herzen der Menschen lauern, sind zu Tage getreten. So Ted Krill, der örtliche Priester. Monster und Wahnsinn sind die Strafen für unsere Sünden. Des Weiteren berichten einige Einwohner seltsame Stimmen, unbekannten Ursprungs gehört zu haben. Irgend so eine Forscherin war plötzlich in meinem Kopf und fing an, mir Fragen zu stellen. Wer hat denn Zeit für sowas? So ein Einwohner, der anonym bleiben möchte, während der Ursprung dieser jüngsten Trends derzeit noch im Unklaren liegt, ...beschäftigt eine hartnäckige Frage an die Einwohner von Mittenhaven. Wann wird das aufhören? 5. April 1997. Ich hab die ganze Zeit die Taschen ab, wann das will ich gerade mal kurz in die guckt. Wollen wir hier nicht rumasen? So. Oh, warte mal, da, da, stopp mal, da, gehen wir kurz mal hin. Was, was, hier ist doch... Nein, 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 wirklich. Geht auch nicht. Oh, damit hätte ich... ...den umgekippten Turm, ne, der hat immer noch Saft. Ich dachte gerade, hätte ich das jetzt vorher abschalten können. Oh, schön. Ein Romin. Okay, cool, ne, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, ich check mal noch mal ganz kurz. Ja, durchgeladen. Durchgeladen. Okay, cool. Alles klar. Mois. Ich hatte schon die Befürchtung, dass wenn ich den jetzt hier gerade abschalte, dass mir das rummeiere hier vorne in dem Elektroturm irgendwie erspart geblieben wäre. Und ich einfach hätte durchlaufen können. Aber, naja. Niente. So, dann lass uns doch mal schauen, was da vorne für ein... Äh, äh, äh... Was da auf uns wartet irgendwie, wo die Lensflare runtergegangen ist. Da so unhellvoll rot leuchtet. So, kurz noch mal erstmal ein bisschen die Ausdauer wieder hochkommen lassen. Da habe ich das Gefühl, gleich wie rennen zu müssen. Mal hier tatsächlich mal die Blätterung irgendwie parat halten. Hm. Yes. Ich weiß nicht, wirkt's. It's a trap, Alter. Ich... Ich weiß nicht. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. War ist hell. Wir waren in der Mitte. Mein Freund, Wheeler und ich. Wir waren die besten unserer Platoon. Er war ein Sniper. Auch ein verdammt guter. Tauchte mich wie ein Pro. Ich war ein Radio-man. Ich hatte immer eine Sache für Elektronik. Ich hatte meine Geräte in guter Form. Und ich habe ein paar coolen Mods und Tricks mit dem Weg. Okay, er leuchtet grün. Okay, er leuchtet grün. Grün ist ja jetzt die Farbe von, äh... Ne, von, von, von dem... Ach Gott, wie heißt er denn jetzt gerade nochmal hier? Äh... Entschuldigt bitte. Wie heißt der Typ jetzt hier gerade nochmal? Lukas. Ähm... Sollen wir jetzt ein paar von diesen Funktürmen irgendwie grün schalten? Oder... oder wie? Oder was? Ja? Weil das ist jetzt der erste, der nicht einfach ausgeschaltet wurde, sondern das grün leuchtet. Ach shit, Alter. Also, ich möchte da eigentlich nicht hinlegen. Das ist mir zu, zu Falle irgendwie. Das ist auch vor dem Bunker, ne? Das ist halt der Bunker. Ja. Das ist auch Bunker. Ja. Ja. Das ist einfach nicht drauf zu weit. Ja. Da, was? Da, wo's an... Ach, mich. Ja. Da geht. Ja. herr lugares.